Luca im Wasserbad Das geht eine Viertelstunde jetzt? Eine Viertelstunde, ja, mit verschiedenen Geschwindigkeiten Am Anfang haben wir mit fünf Minuten angefangen und jetzt läuft es aber schon besser. Am Anfang wollte sie nicht so recht. Es ist halt ein bisschen faul, unsere liebe Luca. Aber so Muskeln sind schon aufgebaut jetzt in der Zwischenzeit? Ja, das ist schon ein bisschen besser. Wobei es auf der rechten Seite, man sieht es ja auch, wenn sie jetzt unter die Wasserlinie gucken, dass sie rechts immer noch überkötet, also immer noch so aufsetzt. Aber da wird auch ein bisschen was manuell gemacht. Also kann natürlich sein, dass auch die Sehnen jetzt ein bisschen verkürzt sind, dass man einfach ein bisschen strecken muss noch. So ist das fein. Schön laufen. Machst du Fitnesstraining, ne Luca? Schön in die Mitte. So ist es fein. So ist es fein. Komm, komm, komm. Es ist ein bisschen schneller jetzt. Muss man ein bisschen flotter laufen. Ja, ja. Ein bisschen flotter. Los, komm, komm. Kommt rein. Kommt rein. Guck mal. Könnt einfach mit den Hunden rein. Kommt rein. Es ist kein Verflash. Das sind alle friedlich, freundlich. Am besten so auf die Seite schieben. Und dann wieder nach... Ja, genau. Komm hier. Du, komm, komm. Alles. Alles Mädchen. Komm, komm, komm. Hey, du. Willi doch noch nicht! Talken Sie? Wir Christian.